Aber ich kenne die Bibel. Ich habe weitaus schlechtere Bücher gelesen, allerdings eben auch weit bessere. Nein, dachte ich, ich habe jetzt keine Lust. Mehrfach hatte ich Bibel oder Glaubensverkäufern die Tür geöffnet und sie höflich auf eine Tasse Kaffee oder Tee eingeladen. Wer nach Wahrheit sucht, soll mir willkommen sein. Aber dann war es immer zäh gewesen, schwergängig. Ich hatte die ganze Konversation allein besorgen müssen, denn diese Leute waren bloß gedrillt und geschult. Sie hatten ein einziges Thema und wenn das durch war, kam nur noch Ebbe. Das waren keine freien Menschen, sondern Truppenteile christlicher Türdrückerkolonnen. Fade ohne Esprit, ohne eigenen Geist. Über Christen Witze zu machen ist zu einfach, sie bieten sich so an. Aber die Wahrheit kann man ihnen schon mal sagen. Und die heißt auch für Gläubische, wenn einer dumm ist, ist er dumm. Da hilft ihm kein Gott. Die Bibel? Heute nicht. Es ist so ein schöner Tag, sprach ich in den Apparat und hängte ein. Die Zigarre auf dem Balkon schmauchte noch, die Mauersegler segelten. Ich berichtete der Liebsten, sie fand mich viel zu freundlich und meinte, man sollte für frei umherstreifen dürfende Christen Löwen halten. Es klingelte erneut. Die sind aber hartnäckig, seufztig und ging dennoch zur Tür. Ja, sprach ich abermals und in der Erwartung, nochmals christlich angeschnackt zu werden. Herr Droste, tönte eine Frauenstimme aus dem Hörer, es war aber eine andere als die vorherige. Ich habe einen Katalog für Sie. Kommen Sie mir bitte entgegen. Ich hatte wohl meinen mildtätigen Tag und ging die Treppe hinunter. Eine Frau Mitte 50 mit Kurzhaarfrisur und Brille kam ächzend auf mich zu und drückte mir ein buntes Heft in die Hand. Firma Bofrost, steht alles drin. Wie erreiche ich Sie nächste Woche telefonisch? Gar nicht, hörte ich mich sagen und war froh, meinen Verstand wieder am Werke zu sehen. Macht nichts, sagte die Frau, Sie melden sich einfach bei uns. Telefonnummer steht drin, sprach's und verschwand, während ich eine Bofrostbroschüre in der Hand hielt, die Treppe hochtrug und sie der Liebsten vorzeigte, ein Jäger und Sammler auf dem falschen Fuß erwischt. Schrauben guubby läufet ursprach, im Karteifze von Fenster herrn,